Musik Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Mühen und Anstrengungen gehabt, diesen Abend so realisieren zu können. Und ich hoffe, Sie genießen das in vollen Zügen und feiern, was das Zeug hält. Wir wollen uns hinterfragen, wir wollen die wichtigen Themen unserer Branche stellen. Den ganz herzlichen Glückwunsch von unserem Verband der Gesellschaft PR-Agenturen. Und diese Glückwünsche überbringe ich auch im Namen von Wirtschaftssenator Ulda. Das ist eine sehr, sehr schöne Location, die dem Anlass auch angemessen ist. Und auch die Mischung macht es. Also sehr schön. Und es sind sehr viele interessante Gäste hier, die meine Erwartungen voll erfüllen. Und jetzt sagen wir, Baby, 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 warum? Warum ist das immer gonna break my heart? Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018